Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk Und da hat der Leute gesagt, das gehst du nicht da, gehst du nicht da, bleibst du hier oben oben. Ich fragte, wie lange ich gesungen bin und wie lange nicht, bleib ich hier oben. Jetzt ist ja zu fürchten, in der Alpen, in der St. Garchus, was passiert. Die Mütter ist mir am meisten laut gewesen, vor allem nicht gespürt. Ich kann ihn auch gezogen, ich kann ihn so sein mögen, weil wo war sie hingen. Es ist das einfach. Viele müssen uns heute sein, besser habe ich. Ich werde alt werden und denke, selber nicht mehr da machen, aber wir sind uns heute sein. Und da wo ich wohnt, da mache ich kein Becken mehr. Da war alles zu schöpfen. Da brauche ich einen immer. Ich habe es vor zwei Jahren noch nicht gemacht. Aber da war es zu müde. Ich habe gedacht, du bist nicht mehr jung. Ich habe drei Jahre lang so viel Schnee gemacht, da sind wir wohl überhaupt nicht gekommen. Wir sind drei Meter Schnee da gewesen. Da gibt es gefährliche Alpen in der Lane. Da gibt es von der Iran Alpen die Lane auch. Da musst du ein Trinkicampeck machen. Da musst du ein paar Tage dabei lassen. Da gibt es einen Trinkicampeck. Da war ganz schwindelig oder was weiß ich was. Dann habe ich in den Augen gefürcht über die Stiege. Und ins Bett. Und dann hat es nicht gefällt bis zum Morgen. Dann ist er ganz gut aufgestanden. Und über die Stiege angegangen alleine, ganz gut. Und dann gefällt es nicht mehr. Das war in Irming. Dann liegt er da nieder in der Bank. Dann habe ich liegen gekocht und geraten. Und dann gesessen. Dann habe ich Schatz, dass ich heute auch gesessen. Dann hat er schon so ein paar Nachttüge wohnen gegeben. Und dann habe ich nicht da rum gesessen. Dann hat er keinen Löffel untergriffen. Dann kommt das Ding gefürcht. Dann habe ich gedacht, das ist die höchste Zeit im Spital zu tun. Dann hat er probiert zu telefonieren mit dem Handtelefon. Dann ist er schon gegangen. Dann hat er gesagt, dann gehe ich da. Weil ich ihn eigentlich nicht mehr recht weggekommen kann gehen. Dass er nicht umgereist. Oder sonst wäre es ganz drin gefürcht. Und dann ist die Rettung gekommen. Dann sind Augen. Und dann hat er ins Spital gekocht. Dann hat er auch gewählt ausstehen. Augen gewählt ausstehen. Und dann sind sie niedergeschnappt. Und dann hat er gewählt wegreißen. Das ist nicht mehr gegangen. Dann schaffe ich nicht mehr. Und dann, ja, das sollte sein. Und dann sind wir vom Spital um das sollte sein. Und die rückt aber selber hingeseitigt. Da ist es nicht mehr gegangen. Da kannst du nicht mehr weggehen. Und noch mal oben, da haben wir in Peserböchtnisch mit den Gedächtnissen ein gewisses Leck lang geleiden. Und dann hat er auch immer gesagt, ich gehe heim, ich gehe heim, ich gehe heim. Ich gehe heim. Ich gehe heim. Und die Augen, wir müssen verhassen. Morgen, morgen gehen wir heim. Morgen kommst du nicht hin. Und da ist da ganz wilde Ungeheb. Und da geht heim natürlich. Da bleibe ich da. Und da hat er Augen. Bleibe ich da. Und da geht heim. Und da hat er ja alle nur gemeint, die die Mutter lebt nicht mehr. Wie geht's im Vorten? Wenn ich so, wie geht's mit der Mutter noch nicht? Und die lebt nimmer. Er hat alles wieder vergessen. Und da hat er alles nicht mehr gewusst. Aber die Gedächtnisse ist nicht mehr geworden. Dasselbe ist gegangen. Und zum Schluss hat er die Lunge entzündet bekommen. Und er hat dann da gedrückt und da war es dann. Und dann ist er einfach gestorben. Die Lunge entzündet. Ganz wilde. Man kann es nicht machen. Ganz wilde gedrückt. Und das ist der Vorder ist ganz leicht gestorben.